Ich denke, Leverkusen hat es einfach gut gemacht. Sie haben uns gut ausgekondert. Wir wussten, dass sie eine starke Offensive hatten. Bis zur ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt, dann unglücklich so ein Tor kurz vor der Halbzeit zu bekommen. Da musste man natürlich ein bisschen aufmachen, was ihnen sehr in die Karten spielt, da sie sehr schnelle Außenspieler haben und viele Spieler vorne. Ich denke, dann haben sie einfach gut gegen uns gemacht, haben die Momente gut genutzt, die wir nicht gut zu Ende gespielt haben. Und so kommt dann so ein Ergebnis leider zustande. Es war ein bitteres Spiel, würde ich sagen. Das Ergebnis ist viel zu hoch ausgefallen. Wir waren kurz dran nach der Halbzeit und hätten den Ausgleich machen können. Leverkusen ist eine starke Mannschaft, das wussten wir schon von vornherein. Sie hatten, finde ich, die ersten 55 sicherlich nicht mehr vom Spiel, aber hatten halt eine Qualität. Es waren zwei Abschlüsse und die waren beide drin. Wir hatten sechs, sieben gute Situationen, davon zwei, drei sehr gute Abschlusssituationen. Wir machen halt kein Tor und ging dann in der zweiten Halbzeit eigentlich genauso weiter mit zwei fast hundertprozentigen Chancen vom Lukas. Freier Schuss aus 16 Meter und Steven, freier Schuss aus 15 Meter, die beide vorbeigehen. Oder einer am Pfosten und einer vorbeigeht. Mit dem zweiten Ball aufs Tor eigentlich war es 2-0 für Leverkusen und dann wird es gegen eine Mannschaft mit der Qualität einfach schwer. Und wir machen wieder ein ganz gutes Spiel, aber da müssen wir auch anfangen, uns davon einfach ein bisschen zu verabschieden. Das interessiert nicht in der Bundesliga, ob du gut spielst oder nicht. Du musst gewinnen und das tun wir zu wenig. Ja, wir müssen halt dann besser verteidigen, also noch aggressiver in den Mann gehen oder gegen den Ball. Und ja, die Chancen einfach nicht zulassen, aber so Spiele gibt es auch, wo man als Ergebnis höher ausfällt, wie es eigentlich sein sollte. Aber es geht weiter, Kopf hoch. Klar, wir haben ihre Chancen genutzt, die sie hatten, da haben sie gut ausgespielt. Wir weniger. Natürlich hatten wir zweimal Pech da mit dem Aluminium, aber ich denke, wir müssen einfach mehr Abschlüsse haben und einfach auch mehr aus den herausgespielten Szenen machen, die wir haben. Wir haben auch jetzt in der Vergangenheit auch gezeigt, dass wir gegen Bayern mithalten können. Und ja, also wir fahren da hin und wollen das Beste rausnehmen.